Bitcoin ist back on track. In diesem Video werde ich ganz genau über dieses spannende Ereignis, was wir jetzt hier im Bitcoin Chart erkennen können, sprechen. Deshalb würde ich euch vorschlagen, dass ihr dieses Video unbedingt bis zum Ende anschaut, denn ich werde euch darüber hinaus weitere Informationen darüber geben, was denn jetzt passieren muss, damit wir damit rechnen können, dass der Preis wieder nach oben gehen wird. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau dann erhaltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin Chart passiert und somit könnt ihr euch sicher sein, dass ihr immer up to date seid. Leute, wie gesagt, jetzt gerade hier an dieser Stelle haben wir in unserem Bitcoin 1 Stunden Chart ein spannendes Ereignis und je nachdem, ob dieses spannende Ereignis positiv oder sich negativ entwickeln wird, werden wir dann mit dem Preis höchstwahrscheinlich nach oben oder nach unten rutschen. Und zwar können wir hier an dieser Stelle ein spannendes W-Pattern erkennen, welches jetzt kurz davor ist, hier über diese Neckline auszubrechen. Wenn es der Fall sein sollte und wir es schaffen sollten, über diese Neckline auszubrechen, habe ich jetzt schon mal eine gute Nachricht für euch. Und zwar glaube ich dann, dass wir mit dem Preis erneut nach oben schießen werden, aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Deshalb müssen wir erstmal abwarten, dass wir hier über diese Neckline an dieser Stelle ausbrechen. Aber nicht nur das, wir können hier mit dieser weißen Linie auch eine starke Resistance erkennen bzw. einen starken Widerstand. Wenn wir hier aus diesem W-Pattern ausbrechen sollten, hätten wir nicht nur hier diese Neckline von diesem W-Pattern hinter uns gelassen, sondern wären ebenfalls hier über diese weiße Widerstandslinie gekommen, was ein super positives Zeichen für den Bitcoin-Preis wäre. Im Laufe des Videos werde ich nochmal hier über dieses W-Pattern zu sprechen kommen und werde euch ganz genau verraten, wie ich hier diesen potenziellen Ausbruch traden würde. Aber ich möchte noch einmal auf mein gestriges Video zu sprechen kommen und zwar sagte ich ja, dass wir hier unbedingt den Tag oberhalb von 39.500 abschließen müssen. Und wenn wir hier einmal in unseren Tageschart reingehen, können wir hier auch eine andere Information herausfiltern. Und zwar haben wir es leider nicht geschafft, den gestrigen Tag oberhalb von dieser Support-Linie abzuschließen, sondern ganz im Gegenteil, wir sind hier runtergegangen und haben den Tag bei einem Preis von ca. 36.700 Dollar abgeschlossen. Nicht weiter schlimm, denn nun können wir erkennen, dass wir erneut oberhalb von dieser Linie sind und dass der Preis erneut von den Bullen hochgedrückt wurde, was ebenfalls ein signifikantes Zeichen dafür ist, dass die Bullen nicht am Schlafen sind und dass sie jetzt wieder das tun, was sie am besten können und zwar den Preis nach oben treiben. Wenn wir einmal in unser FIP-Tracement-Tool schauen, haben wir ebenfalls hier eine spannende Information, die wir herausfiltern können. Und zwar gestern nach dem WIC hat der Bitcoin-Preis sich ziemlich erholt. Hier sind mehr als 30% erneut mit dem Preis nach oben gegangen und jetzt sieht es gerade so aus, als wenn Bitcoin hier bei dem FIP-Level 0.236 einen Support gefunden hat. Dies ist ebenfalls ein gutes Zeichen für den Bitcoin-Preis. Allerdings müssen wir im besten Fall sehr bald hier bei diesem FIP-Level 0.618 ankommen, denn dann würden wir uns hier nicht mehr in dieser Risiko-Zone befinden, sondern wären hier oberhalb von unserem FIP-Level 0.618 bei einem weitaus komfortableren Preisniveau. Nach wie vor haben wir allerdings hier an dieser Stelle unseren wichtigsten Chart, der extrem wegweisend sein wird für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Und zwar habe ich ja über diese Linie hier so einige Male in meinen letzten Videos gesprochen. Mit dieser gelben Linie hier an dieser Stelle haben wir unser 21 Wochen EMA. Und in der Vergangenheit hat diese Linie oftmals dazu gedient, um einschätzen zu können, ob wir denn nun in einem Bärenmarkt oder in einem Bullenmarkt sind. Und da wir jetzt unter diese Linie gerutscht sind, befinden wir uns einer sehr riskanten Zone. Als wir diese Kerze hier an dieser Stelle am Ende der Woche unterhalb von dieser gelben Linie beenden sollten, beziehungsweise abschließen sollten, kann ich mir gut vorstellen, dass wir dann mit dem Preis allmählich nach unten gehen werden, denn das wäre für die meisten Trader ein Indiz dafür, dass wir uns jetzt in einem Bärenmarkt befinden. Allerdings haben wir wie gesagt noch bis zum Ende der Woche Zeit dafür. Aber nun gut, dann möchte ich natürlich so wie versprochen nochmal hier über dieses Pattern an dieser Stelle zu sprechen kommen. Wir sind jetzt kurz davor, über diese Neckline, welches wir hier an dieser gelben Linie erkennen können, drüber auszubrechen. Da wir aktuell einen sehr volatilen Markt haben, würde ich euch nicht unbedingt raten, diesen potenziellen Ausbruch, wenn es dazu kommen sollte, zu traden. Denn wir haben in den letzten Tagen immer und immer wieder Fakeouts sowohl nach oben als auch nach unten erlebt. Deshalb würde ich euch am ehesten raten, dass ihr jetzt abwartet, was in den nächsten Stunden bzw. in den nächsten Tagen passieren wird. Aber falls ihr diesen Trade unbedingt setzen wollt, würde ich abwarten, bis wir hier über diese Neckline ankommen und im besten Fall mit einer zweiten Stundenkerze diese Neckline hier erneut antesten und dann mit dem Preis nach oben gehen. Somit wäre euer Trade ein bisschen sicherer. Allerdings haben wir natürlich nicht die Sicherheit, dass wir hier eventuell diese Neckline nach einem potenziellen Ausbruch noch einmal antesten werden. Ich würde dazu raten, dass wenn wir hier keinen Retest erleben, einfach keinen Trade zu setzen. Natürlich solltet ihr bei einem potenziellen Ausbruch hier über diese Neckline und ebenfalls über diese weiße Widerstandslinie hier ebenfalls auf das Volumen an dieser Stelle achten und darauf achten, dass diese Volumenkerze zumindest höher ist als die vorangegangenen Kerzen. Leute, wenn ihr diesen potenziellen Ausbruch aus diesem Pattern traden wollt, könnt ihr euch aktuell bis zu 2610 Dollar komplett kostenlos hier auf Bybit abholen. Das einzige, was ihr tun müsst, ist diesen Link unten in meiner Videobeschreibung anzuklicken. Danach öffnet sich Bybit innerhalb von Sekunden, habt ihr euch einen Account erstellt und nachdem ihr im dritten Schritt eure erste Einzahlung getätigt habt, erhaltet ihr bis zu 2610 Dollar komplett kostenlos und komplett unverbindlich, womit ihr euren nächsten Trade setzen könnt. Vielen Dank Leute, das war es von mir für dieses Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr immer up to date bleibt. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.